Es gibt wohl keine Branche in der Wirtschaftswelt, auf die der Titel dieser Sendung mehr passt. Denn Finanzhäuser, das ist Zaster und Desaster in Rheinkultur. Aus reiner Geldgier, Unfähigkeit und Tollerei sorgten diese Finanzinstitutionen 2008 dafür, dass das internationale Finanzsystem beinahe zusammenbrach. Sie hatten aus einem der langweiligsten Bankgeschäfte, dem Verleihen von Hypotheken, finanzielle Massenvernichtungswaffen gemacht. Indem sie dieses zuvor lokale Geschäft verbrieften, also allgemein handelbar machten. Dann schoben sie diese Verbriefungen in einen Fleischwolf, machten einen Brei draus und füllten ihn wie Würste ab. Diese Würste verkauften sie dann überall auf der Welt an verantwortungslose Mitspieler, die zwar keine Ahnung hatten, was in dieser Wurst drin ist. Aber sie vertrauten den Schalmeienklängen der großen Ratingagenturen. Die hauten ein AAA, die höchste Wertschätzung, schneller auf mehr hundertseitige Prospekte, als dass man die aus dem Drucker ziehen konnte. Schließlich war es angeblich gelungen, durch den Einsatz von Hochleistungskomputern, ellenlangen Algorithmen und Nerds endlich Risiko und Profit voneinander zu trennen. Dafür sorgte ein unübersehbarer Zoo von Derivaten, von Ableitungen, von Wettscheinen mit klingenden Namen wie Reverse Convertible Barrier Blue Chips Fond mit Knock-In und eingebautem Scheibenwischer und Duftkerze. Dabei waren nur Wetten darauf drin, ob die Zimmerpflanze beim Eingang der Börse von Tokio morgen ein Blatt fallen lässt oder nicht. Darauf kam das Böse, sehr böse Erwachen und alle heiligen Versprechungen, dass man gelernt habe, es im Investmentbanking vielleicht da und dort zu kleinen Übertreibungen gekommen sei, Millionensaläre und Milliardenboni vielleicht die falschen Anreize setzen könnten. Es ist die einzige Branche auf der Welt, wo die Zahl der ausgestütteten Boni gleich hoch sein kann wie der Reingewinn oder der Verlust. Es ist die einzige Branche der Welt, wo eingefahrener Gewinn oder Verlust gleich bewertet wird, denn der Bonus hängt vom Umsatz ab und auch ein Milliardenverlust ist schließlich ein hübscher Umsatz. Auch die Regierungen weltweit machten ein finsteres Gesicht, rünzelten die Stirne und kündigten drakonische Maßnahmen an, um solche gefährlichen Exzesse in Zukunft zu unterbinden. Kein High-Frequency-Handel mehr, keine ungedeckten Leerverkäufe, eine Transaktionssteuer, staatliche Kontrollen für Banken, die angeblich too big to fail seien und daher unkaputtbar und daher mit Steuergeldern gerettet werden mussten. Reiche Säcke sollten nicht länger ihr Geld auf Steueroasen verstecken können, durchgedrehte Banker nicht länger mit unrechtmäßigen Gewinnen davon kommen. Es sollte nicht länger gelten, Privatisierung der Gewinne, Vergesellschaftung der Verluste. Solche salbungsvollen Worte regneten und rieselten da nieder. Geschehen ist seither bis heute, mehr oder minder, nichts. Nichts Nennenswertes. Im Gegenteil, die verlumpenden Staaten als Schuldner, deren Notenbanken ihnen kriminell Geld zuhalten, das via Banken in die ewig leeren Taschen der Nationalregierungen wandert, das hat eine Komplizenschaft geschaffen, die wohl System im Moment nicht mehr zu knacken ist. In all diesem Elend und Desaster gibt es eine Bank, die geradezu idealtypisch alles in sich vereinigt, was hier schiefgelaufen ist. Es gibt sie noch, denn auch sie ist too big to fail. Der Staat meint, eingreifen zu müssen, sollte ihr ernsthaft ungemacht ruhen. Sie ist eine Schweizer Bank, die zweitgrößte, um genau zu sein. Sie ist die traditionellste, rechtschaffenste Bank der Schweiz. Sie wurde vom wohl bedeutendsten Schweizer Unternehmer und Politiker gegründet. 1856 rief Alfred Escher die Schweizerische Kreditanstalt, die SKA, ins Leben. Seine Unternehmungen, unter anderem der Bau des Gotthardtunnels, waren so groß geworden, dass er eine eigene Bank zur Sicherstellung von Finanzierungen brauchte. Von Zürich aus exponierte die SKA zuerst in die ganze Schweiz, dann in die ganze Welt. Paris, London, Buenos Aires, New York, Hongkong, Bachrhein. Überall flatterte das Fähnchen der sicheren, seriösen, eben typisch schweizerischen Bank. Das Symbol einer sicheren, seriösen Schweiz. Unbeschadet durch zwei Weltkriege gerutscht, niemals Staatsbankrott erklärt, da ist auch eine Bank so sicher und stabil wie das Matterhorn, wie das Gotthard-Massiv. Vielleicht etwas bünzlig, graue Mäuse als Buchhalter, keine großen Gesten, nicht viel Lebensart. Aber sacksolide, der Schalterbeamte war ein Beamter. Was er verkündete und verbuchte, war amtlich. Die Bank selbst war natürlich skandalfrei. Die Herkunft der Gelder interessierte nicht wirklich, ihr steuerlicher Zustand noch viel weniger. Denn das Bankgeheimnis war genauso sicher wie das Gotthard-Massiv. Dieser Zustand als Heidi-Bank hielt bis genau 1977 an. Der Fall Chiasso, ein außer Rand- und Band geratener Filialleiter, hatte italienische Schwarzgelder umhergeschoben und in Lichtenstein verstaut. Dabei einen Riesenverlust eingefahren. Die SKA wurde zum ersten Mal zur Skandalbank, wobei die ersten drei Buchstaben von Skandal, S, K und A großgeschrieben wurden. Von da an ging's bergab. Die SKA benannte sich in Credit Suisse um, kaufte in den USA groß ein und meinte, nun bei den ganz Großen mitspielen zu können. Bevor der deutsche Hörer hier typisch Schweizer Gnomen sagt, genau das Gleiche machte auch die Deutsche Bank. Allerdings unter der Führung des Schweizers Joe, Victory, Zeichen, Ackermann. Und wenn es den österreichischen Hörern zu wohl wird, sagen wir nur Hypo, Alpe, Adria im Speziellen und Investitionen im Wilden Osten im Allgemeinen. Und wenn es den österreichischen Hörer gibt, und dann den österreichischen Hörer gibt, Bis zum nächsten Mal. 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 Ziehen wir mal eine erste Schadensbilanz. Die Hörer seien aber gebeten, ihre Angst vor großen Zahlen zu verlieren. Eine gewisse Schwindelfreiheit ist auch Voraussetzung auf dem weiteren Weg. Zudem sei garantiert und versichert, dass alle Zahlen überprüft, korrekt und wahrhaftig erhoben sind. Letzte Warnung. Die Konzernleitungsmitglieder, die Summe von 1,6 Milliarden Franken ab. Als Gehälter und Boni. 1.600 Millionen. Verteilt auf wenige Dutzend Großverdiener. Wobei Investmentbanker ohne jegliche Führungspositionen gelegentlich noch viel mehr verdienten als ein CEO der Bank. Wobei, wobei alleine Brady Dugan, griff sich die Hörer, griff sich die Hörer, griff sich die hübsche Summe von 160 Millionen Franken ab. Das ist Rekord. Sein Nachfolger, Tidiane Thiam, die allerdings auch nur von 2015 bis 2020 CEO war, brachte es bloß auf 90 Millionen. Bis er dann über eine absurde Beschattungsaktion eines ehemaligen Mitarbeiters stolperte. Verwaltungspräsident Urs Rohner war von 2011 bis 2021 im Amt und kassierte dafür immerhin 50 Millionen Franken. Zum Ausgeben kamen die Bankenlenker kaum. Ständig im Privatjet um die Welt, alle Spesen selbstverständlich auf Geschäftskosten. Bis hierher hört sich das alles allerdings schwer nach Sozialneid an. Unermüdlich entscheidungtreffende Manager, die nicht unter ihrer globalen Verantwortung zusammenbrachen, ständig über Milliarden befinden mussten, natürlich ohne genaue Kenntnis, um was es sich bei diesem neuen Finanzvehikel eigentlich handelte, wie das funktionierte, wo die Risiken lagen. Aber dennoch mussten sie entscheiden. Die innere Uhr drehte im roten Bereich, gestern Tokio, dann über Los Angeles und New York nach London, kurzer Abstecher nach Zürich, dann via Dubai nach Hongkong und Peking, dann runter nach Singapur. Unmenschlich. Das konnte ja eigentlich kaum mit Geld aufgewogen werden. Welcher Neider würde sich so etwas schon antun? Außerdem, diese Zahlen mögen ja dem Normalverdiener etwas übertrieben erscheinen. Aber der ist eben Normalverdiener, weil er auch Normales leistet. Wer das Schweizer Durchschnittseinkommen von rund 6.600 Franken im Monat verdient, er bringt halt auch keine Leistung, die mehr Wertschöpfung als 6.600 Franken produziert. Und dafür hat er erst noch ein paar Wochen Ferien, einen 13. Monatslohn, normalerweise eine Arbeitsplatzgarantie und darf auch mal krank bezahlt Ferien machen. Der Bankenlenker ist eigentlich nie in den Ferien, arbeitet im Prinzip Tag und Nacht, schläft praktisch nie, hat als normaler Angestellter überhaupt keine Arbeitsplatzgarantie und sein Salär wird ihm normalerweise zwölfmal ausbezahlt. Plus im März dann der Bonus. Da bräuchte er dann einen Gabelstapler, wenn das nicht wie nur normalerweise in Cash, sondern auch in Notengeld erfolgen würde. Aber eben, großer Verdienst, noch viel größere Wertschöpfung für die Bank und für die Aktionäre und die Gesellschaft und die Wirtschaft und wir Steuern für den Staat. Es ist doch sonnenklar. Wenn das Führungspersonal schon 1,6 Milliarden oder 1.600 Millionen Franken verdient, muss der Profit für die Besitzer, also die Aktionäre, gigantisch gewesen sein. Ein Dummkopf, wer sich nicht rechtzeitig eine CS-Aktie besorgte. Wirklich? Leider macht es umgekehrt Sinn. Ein Dummkopf, wer sich in den vergangenen Jahren eine CS-Aktie kaufte. Denn auch hier sprechen die Zahlen eine glasklare, erschütternde Sprache. Wieder nur für Schwindelfreie? Noch im Frühling 2007, als sich bereits die ersten dunklen Wolken der heranziehenden Finanzkrise abzeichneten, kostete eine CS-Aktie über 90 Franken. Der damalige CEO, Oswald Grübel, hielt das aber für stark unterbewertet und peilte die 100-Franken-Schwelle an. Die CS hatte einen Börsenwert von über 100 Milliarden Franken, ein hervorragendes Rating und gehörte zu den größten und bedeutendsten Banken der Welt. Hier wurden die ganz großen Räder gedreht, aber eben mit Schweizer Präzision und Tradition. Hier funktionierte Geldverdienen wie ein Schweizer Uhrwerk. Ossi Grübel machte sich gerade noch rechtzeitig vor der Finanzkrise vom Acker. Denn 14 Jahre und 1,6 Milliarden Saläre und Bonis später hat die Bank noch einen Börsenwert von 10 Milliarden Franken. Als schrecklich schrumpfende Bank ist sie nun nur noch ein Zehntel der besseren Zeiten wert. Der Aktienkurs durchbrach eine Schwelle nach der anderen nach unten, sank unter 10 Franken, dann unter 5 Franken und dümpelt zurzeit um die 4 Franken herum. Welches Vertrauen die Börse in die Zukunft der Bank hat, zeigt sich daran, dass der Börsenwert nicht mal ansatzweise dem Buchwert entspricht. Das bedeutet, dass die CS in ihrer Bilanz viel wertvoller ist, als es der Börsenwert ausdrückt. Ein weiteres ganz schlechtes Zeichen ist, dass Versicherungspolizen auf weiter absaufende Kurse der CS so teuer sind, wie nicht einmal in der Finanzkrise 1. Wir lassen diese Zahlen mal kurz sacken. Unsere deutschen Hörer seien mit der Bemerkung getröstet, dass es bei der Deutschen Bank auch nicht viel besser aussieht. Aber zurück zu den Eidgenossen. Wer also im Vertrauen auf das Wort Grübels vor 14 Jahren eine stockkonservativ-stabile CS-Aktie um die 90 Franken kaufte, hat inzwischen einen Verlust von haargenau 95,6 Prozent eingefahren. Und immer wieder, wenn eine neue, üppig bezahlte Führungskraft antrat, behauptete sie natürlich im Chor mit dem ewigen Versagerrat Rona, dass nun leider zuerst das Schlamassel aufgeräumt werden müsse, das der Vorgänger hinterlassen habe. Aber dann gehe es aufwärts. Ganz bestimmt. Das erzählte die CS nach der Finanzkrise 1. Nach der Griechenlandkrise. Nach der Eurokrise. Während der Corona-Krise. Das Marktumfeld dieser Schlingel war immer gegen die CS. Kaum waren die einen Altlasten abgeräumt, entstanden neue oder poppten wie Untote aus der Vergangenheit auf. Aber es waren nicht nur allgemeine Schwierigkeiten. Wo ein Fettnapf rumstand, trat die CS rein. Ein vorbestrafter Fondsspekulant in den USA, wieso nicht mal 20 Milliarden Laien, beinahe das gesamte Eigenkapital damals. Mit Hängen und Würgen wurde dann der Verlust auf bloß ein paar Milliarden runtergedrückt. Ein australischer Geschäftemacher mit einer windigen Business-Idee einer Zwischenfinanzierung von Schulden, während andere Banken kalte Füße bekamen und sich noch rechtzeitig in Sicherheit brachten, war die CS unverbrüchlich bis fast am Schluss an Bord. Milliardenschaden. Die korrupte Führungsklicke des mausarmen afrikanischen Staats Mosambik besorgte sich am Parlament vorbei einen Milliardenkredit, angeblich, um die Küstenwache etwas aufzurüsten und ein paar Fischerboote zu kaufen. Das stank zum Himmel, aber die CS wollte keinen Geruch bemerkt haben, außerdem sei sie von Mitarbeitern arglistig getäuscht worden. Als sei eine Milliarde ein Peanuts-Kredit der höheren Ortes nicht beäugt würde. Mosambik musste deswegen dann Staatsbankrott erklären und um den Imageschaden möglichst groß zu halten, weigerte sich die CS zunächst Schadenersatz zu leisten, bis die Bank von den USA dazu gezwungen wurde. Ach, und USA. Edge, sagte die CS damals, als die andere große Bank der Schweiz, die UBS, beim väterischen Staat um einen Notkredit bitten musste, sie stand vor dem Abgrund. Die biederen Schweizer um den größenwahnsinnigen Marcel Ospel hatten sich von ihren schneidigen US-Investmentbankern überfahren und zuquatschen lassen. Als dann bei dieser Reise nach Jerusalem die Musik plötzlich zu spielen aufhörte, gehörte die UBS zu den Banken, die nicht rechtzeitig wenigstens eine halbe Ausspacke auf einen Stuhl schieben konnten. Die von ihren Investmentzocker-Bankern aufgehäuften Verluste hätten die Bank umgebracht ohne 72 Milliarden Staatshilfe. Edge, sagte die CS, haben wir nicht nötig. Die Bank besorgte sich stattdessen frisches Eigenkapital in der arabischen Welt. Gegen die Ausgabe von sogenannten Kokos, Convertible Bonds. Das sind Wandelanleihen, die unter bestimmten Voraussetzungen in Aktien umgewandelt werden und dadurch den Aktienkurs verwässern. Deshalb tragen sie auch den Übernamen Todesspiralen anleihen. So schlimm kam es nicht, aber die CS musste in den folgenden Jahren, während das allgemeine Zinsniveau auf Null und darunter sank, exorbitante Schuldzinsen von bis zu 10% zahlen, bis sie diese Kokos endlich wieder losgeworden war. Noch einmal Edge, sagte die CS, als die UBS ein zweites Mal beim Staat zu Kreuze kriechen musste und die Aufhebung des Schweizer Bankgeheimnisses forderte. Die USA wollten nicht länger zuschauen, wie Mitarbeiter der UBS in den USA Beihilfe zur Steuerhinterziehung leisteten und drohten damit, der Bank den Stecker rauszuziehen. Keine Banklizenz mehr in den USA, keine Berechtigung mehr, mit der Weltwährung Dollar zu handeln. Oder aber her mit den Kundendaten von Amis. Um die eigene Haut zu retten, opferte die UBS-Führungscrew ihre Kunden, dann ihre Mitarbeiter. Zahlte schließlich eine Buße von 800 Millionen Franken. Ha, wir nicht, trompetete die CS zuerst, wir haben da sowieso keine gröberen Probleme. Bis dann auch der treue Augenaufschlag des US-CEO Brady Dogen in den USA nichts mehr nützte. Die CS wurde zu drakonischen 2,8 Milliarden Dollar Buße verknurrt, die höchste, die jemals von einer ausländischen Bank im Steuerstreit bezahlt wurde. Überhaupt die Bußen. Nach der Buße ist vor der Buße. Das ist das Geschäftsprinzip der CS. Denn es gibt eine Zahl, gegen die die exorbitanten Gehälter aller führend am Niedergang der Bank beteiligten Manager Peanuts sind. Mehr als 11 Milliarden Franken an Bußen hat die Bank in den vergangenen 14 Jahren abgedrückt. Steuerstreit, Hypothekarmarktschummeleien, Manipulation von Wechselkursen, fehlerhafte Ausgabeprospekte, Börsenvergehen. Ohne große Übertreibung kann man sagen, dass die CS eigentlich nur noch nie der Straftat des Falschgelddruckens überführt wurde. Aber alles andere? Immer schlummern in der Bilanz wohlverstaute Tretminen, immer wieder werden Rückstellungen gemacht, die sich meistens als ungenügend erweisen. Immer wieder sinkt die Bank den Kanon, wir sehen da keinerlei Risikoexposition, wir weisen alle Forderungen entschieden zurück, wir werden uns mit allen rechtlichen Mitteln dagegen wehren. Wir nehmen die rechtsgültige Gerichtsentscheidung gegen uns zur Kenntnis. Inzwischen ist die zuvielte neue Führungscrew angetreten. Schon wieder ist von schmerzlichen Einschnitten die Rede, müssen Altlasten der Vergangenheit weggeräumt werden, ist die Bank aber grundsätzlich gut aufgestellt, gesund kapitalisiert, hat profitable Geschäftsmodelle. Das neue Duo, wie heißt es doch gleich und muss man sich diese Namen merken, sieht optimistisch in die Zukunft, hat Potenziale entdeckt, eine realistische Lagebeurteilung gemacht, Verlustbringer klar von Gewinnmärkten unterschieden. Natürlich muss auch unbedingt das Risiko heruntergefahren werden, während gleichzeitig profitable Geschäftsfelder ausgebaut werden. Selbst Ossi Grübel meint vom Spielfeldrand aus, dass es nun sicherlich bergauf gehe. Allerdings mit der Maßgabe, dass es schlimmer nicht werden könne. Musik Musik Amen. 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 Der Normalverdienende, der Besitzer eines mittelständischen Unternehmens, der Verantwortungsträger im Management einer Industriefirma, mag sich nun fragen, wie das alles eigentlich möglich sei. Ein jahrelanges Sichtum, ein peinlicher Niedergang einer einstmals strahlenden Schweizer Marke. Wie konnte das nur passieren? Wie ist es möglich, dass für das Herstellen von Milliardenverlusten Milliardengehälter kassiert werden? Wie ist es möglich, dass nichts gelernt wurde? Warum ist es ganzen überbezahlten Beraterheeren samt Tausenden von Entscheidungsträgern im obersten und mittleren Management nicht gelungen, so etwas Banales wie einen funktionierenden Businessplan herzustellen? Dabei ist das Bankgeschäft doch etwas vom simpelsten und banalsten, was es gibt, wenn man alles gehampelt und fachchinesisch weglässt. Es ist kinderleicht, Geld teurer verleihen, als man es aufnimmt. Für jeden Handschlag offene und versteckte Gebühren kassieren, für jede Empfehlung Kickbacks und Retrozessionen einstreichen, behaupten, die Beratung sei gratis und Banking Vertrauenssache. Mit seitenlangen AGB, allgemeinen Geschäftsbedingungen, dafür sorgen, dass die Bank haftungsfrei gestellt ist und im Ernstfall keinerlei Verantwortung für nichts übernehmen muss. Sollte tatsächlich einmal das oberste Schweizer Gericht feststellen, dass Retrozessionen, also ein Backschisch vom Hersteller eines Finanzprodukts dafür, dass es die Bank einem Kunden aufs Auge gedrückt hat, dass also solche Retrozessionen nicht nur ausgewiesen werden müssen, sondern dem Kunden gehören, was macht dann die Bank? Sie ärgert sich darüber, dass mal ein Kunde tatsächlich die Nerven, die Zeit und das Geld hatte, um ein höchstrichterliches Urteil zu erstreiten. Sie ärgert sich auch darüber, dass sie das nicht rechtzeitig mit einem Vergleich samt Stillschweigensvereinbarung wegräumte. Aber sie tröstet sich mit einem einfachen Vorgehen. Dieser eine Kunde bekommt tatsächlich seine Retrozessionen ausbezahlt, womit ein Bruchteil seiner Rechtskosten gedeckt werden. Und die nächsten Kunden, die sich auf dieses Urteil berufen, bekommen eiskalt gesagt, das trifft auf Ihren Fall nicht zu. Wenn Sie das anders sehen, bitte, der Rechtsweg steht Ihnen jederzeit offen. Während es noch vor wenigen Jahren, besonders in der Schweiz, von Applaus und hohem Ansehen begleitet war, sollte sich ein hoffnungsvoller Sprössling, seltener aber doch immer mehr auch weibliche Sprösslinge, der Bankkarriere zuwenden, hat sich das fundamental geändert. Während ein Schweizer Banker noch vor wenigen Jahren auch im Ausland stolz auf seinen Beruf hinwies, hat sich das fundamental geändert. Während er, geschützt zudem durch den Schweizer Pass, es für ausgeschlossen hielt, an- und festgehalten zu werden, hat sich das fundamental geändert. Schließlich war bis vor wenigen Jahren eine Bankerkarriere vielleicht nicht gerade aufregend, wenn man nicht den Weg an die Spitze einschlagen wollte. Aber es war ein Job mit Arbeitsplatzgarantie, so sicher wie ein Bankscheck. Gelegentlich mal wegschauen, wenn ein besonders widerlicher Despot oder Drogenhändler sein Geld zum Waschen vorbeibrachte, aber das ließ in den letzten Jahren auch schwer nach. Aber auch der sichere Arbeitsplatz ist im ständigen Rausschmeißen, Reine machen, Kostenabbau zum Opfer gefallen. Überschaubares Geschäftsmodell, eigentlich todsicheres Einkommen, Lebensstelle, hohes Sozialprestige, ein Möglichmacher, der den Traum vom Eigenheim, die standesgemäße Ausbildung der Kinder und das Entstehen eines beruhigenden Finanzpolsters befördert. Das war der Banker. Das war insbesondere der Schweizer Banker. Das war in herausragender Position und weltweit der CS-Banker. Nochmals die Frage, wie war das möglich, wie ist das möglich? Sicher, es gibt die Niedergang der Stahlindustrie, der deutschen Automobilindustrie, so ziemlich aller österreichischen Industrien. Es gibt kriminelle Veranstaltungen wie Wirecard. Aber das US-Banking zum Beispiel floriert und gedeiht, als hätte es keine Finanzkrise gegeben. Jede größere US-Bank könnte inzwischen die CS oder die Deutsche Bank aus der Portokasse kaufen. Was nicht passiert, weil alle fürchten, dass Leichen im Keller den Extraprofit beim Zerschlagen der Bank und dem Verkauf der Einzelteile überschatten könnten. Zunächst müssen sich die Besitzer der Bank diese Frage stellen. Sie sind die Hauptleidtragenden. Wer vermeintlich sicher vor wenigen Jahren in die CS investierte, hat bis zu 95 Prozent seines Einsatzes verloren. Nicht zuletzt deshalb gab es bei den wohlbesuchten Aktionärsversammlungen der CS immer wieder stundenlanges Geschimpfe, dass sich Aufsichtsrat und Geschäftsleitung mehr oder minder stoisch anhörten. Denn jeder Aktionär erwirbt sich mit nur schon einer Aktie Rederecht. Aber nicht viel mehr. Denn an diesen Versammlungen ist jeweils nur ein Bruchteil eines Prozents des gesamten Aktienkapitals physisch anwesend. Ob die Tausenden im Saal jubilieren oder protestieren, ihr Votum spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend sind nur die wenigen Großaktionäre und die großen Aktionärsberatungsfirmen. Die Großaktionäre der CS waren lange Jahre mit exorbitanten Zinsen auf ihre Kredite darüber hinweg getröstet, dass sie am Aktienkurs nicht wirklich Spaß hatten. Allerdings hatten sie natürlich auch die Aktien zum Vorzugspreis gekriegt. Und schließlich öffnete das Renommee der CS Türen, durch die man als mittelalterlicher Scheich und Diktator und religiöser Fanatiker nicht hineingekommen wäre. Die großen Fonds wie BlackRock sahen ihre Investitionen in die CS als Teil einer Diversifikation. Außerdem gab es in den letzten Jahren für riesige Geldberge ein zunehmend kitzliges Problem. Wohin damit? Wo investieren? In der immer unsicher werdenden Welt. Da ist eine Schweizer Bank mit Staatsgarantie doch wenigstens eine stabile Anlage. Stabil im Sinn von, das Geld ist nicht plötzlich ganz weg, es wird wohl auch nicht staatlich enteignet oder von einem Tag auf den anderen aberwitzig besteuert. Aktionärsdemokratie, hier entscheidet der Besitzer, das ist bei großen Aktiengesellschaften eine Mehr, ein sinnfreier Ausdruck. Wenn mal ein Traktandum nicht mit nordkoreanischer Mehrheit von über 98 Prozent im Sinn der Bank angenommen wird, geht schon eine Raunen durch den großen Saal. Sollte bei tatsächlich einer abtretenden Führungscrew keine Entlastung erteilt werden, dann spricht man schon von einem starken Signal, einem unerhörten Vorgang. Dabei bedeutet das dann im Endeffekt nichts. Nichts, außer eine Zeichensetzung. Das hat keine Haftungsfolgen, überhaupt keine Folgen für die Betroffenen, sieht einfach nicht so gut aus, geht aber schnell vorbei. Also ist von den Besitzern, den Aktionären, keine Rettung zu erwarten, keine Kontrolle, kein Eingreifen. Aber eigentlich wäre doch der Aufsichtsrat, in der Schweiz der Verwaltungsrat, für die Geschicke der Firma verantwortlich. Er bestimmt doch die Strategie, die großen Linien, die Perspektiven, die Geschäftsfelder, die Geschäftspolitik. Und die Geschäftsleitung führt dann aus, wobei ihr der Aufsichtsrat ständig auf die Finger schaut. Auch eine mehr. Der langjährige VR-Präsident der CS war von Hause aus Jurist. Er hatte sich als Chief Legal heraufgearbeitet, also als Oberverantwortlicher für das Einhalten aller Gesetze und Vorschriften. Dass die CS trotzdem ständig happige Bußen einfing, konnte seinen unaufhaltsamen Aufstieg nicht bremsen. Einmal ganz oben angekommen, zeigte er schnell, dass er von Banking ungefähr so viel Ahnung hatte, wie ein Eskimo vom Strandleben. Aber als gewiefter Jurist war er ziemlich gut in der Selbstverteidigung. Entweder lehnte er die Verantwortung standhaft ab, oder er übernahm sie, wenn das folgenlos möglich war. Im Zweifelsfall hatte Rona immer, Zitat, eine weiße Weste. Was auch passierte. Eigentlich gibt es im Kapitalismus eine funktionierende Regel. Eine Firma, die von ihrem eigenen Management mutwillig, mit Anlauf und mehrfach gegen die Wand geklatscht wird, geht unter. Ein Dinosaurier, der so groß geworden ist, dass es ein paar Minuten dauert, bis die Information, dass er in den Schwanz gebissen wird, im Hirn ankommt, ist zum Aussterben verurteilt. Spätestens seit der Globalisierung, dem weltumspannenden Banking und der Erfindung von finanziellen Massenvernichtungswaffen kann kein Bankenlenker mehr behaupten, er überblicke sein Geschäft. Er könne beurteilen, wie die Märkte in Singapur, Tokio, Rio de Janeiro, New York, Kapstadt oder London funktionieren. Der moderne Bankenlenker ist ein Käpt'n auf einer Brücke, die dermaßen mit Instrumenten vollgestopft ist, dass er nicht mal mehr sehen kann, wo der Dampfer hinfährt. Aber auch das ist nur ein Mosaiksteinchen der ganzen Wahrheit. Speziell im Banking, wo der Treib- und Triebstoff allen Handelns Geld ist, ist der Weg an die Spitze dermaßen umkämpft. Und am Schluss kann es immer nur einen geben, dass nur ein ganz spezieller Menschenschlag diese Strapazen auf sich nimmt. Denn auf dem Weg nach oben hilft nur völlige Skrupellosigkeit, machiavellistisches Geschick und völlige Moralfreiheit. Aber auch das reicht noch nicht ganz. Der aufstrebende Bankenlenker braucht einen sehr stabilen Körper, der notfalls auch ohne Schlaf auskommt, der einen kriminellen Pillenkonsum verträgt. Vorbei allerdings die Zeiten, als Banker die ganz großen Schachteln von Appern und Daunern, von Aufputsch und Beruhigungsmitteln aus der Apotheke trugen, die ihnen vom Dr. Feelgood verschrieben worden waren. Aber am allerwichtigsten ist für den Banker, der ganz nach oben an die Spitze will, eine Charaktereigenschaft. Er muss ein Soziopath sein. Völlig unfähig zu menschlichen Regungen wie Anstand, Mitgefühl oder Anteilnahme. Häufig ist er auch noch Psychopath dazu, hat auf dem Weg nach oben Phobien entwickelt, leidet unter Verfolgungswahn, hält sich für unersetzbar. Auch das ist ein nicht unwichtiger Mosaikstein, um Katastrophen in Finanzhäusern verstehen zu können. Schließlich gehört auch noch die völlige Verantwortungslosigkeit dazu, die eine Freistellung von Haftungsfolgen des eigenen Tuns provoziert. Weltweit ist noch kein einziger führender Banker keiner. Wegen Veruntreuung, wegen Diebstahl, wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung, wegen krimineller Geldgeher verurteilt worden. Noch nie. Obwohl es beispielsweise in der Schweiz eine Gesetzgebung gibt, die Verwaltungsräte regresspflichtig machen kann, wenn durch ihr Verschulden oder Versagen ein gewaltiger Schaden an der von ihnen verwalteten Firma entstanden ist, ist noch niemals ein führender Banker finanziell zur Verantwortung gezogen worden. Das Schlimmste, was ihm passieren kann, zukünftige Boni werden nicht oder nur teilweise ausbezahlt. Vergangene zurückfordern, wenn sich das Desaster richtig entfaltet, noch niemals geschehen. Von all den Dutzenden von Schuldigen, die die Credit Suisse von einer einstmals stolzen, renommierten und wertvollen Bank zu einem Sanierungsfall machten, den Börsenwert auf 10% zu Kleinholz verarbeiteten, dennoch 1,6 Milliarden an Salären und Boni verdienten, von all diesen Versagern, unfähigen, kurzsichtigen, verantwortungslosen, geldgierigen, ist noch niemals auch nur ein einziger zur Kasse gebeten worden. Das wäre zu aufwendig, zu kompliziert und überhaupt, was würde es denn bringen, 10 Millionen bei einem zu erstreiten, der für einen Milliardenverlust verantwortlich ist? Bankenlenker sind in einem Umfeld tätig, das zu verantwortungslosem und haftungsfreiem Verhalten geradezu auffordert. Seit vielen Jahren ist ihre Handlungsmaxime, wenn ich nicht ernsthaft befürchten muss, dass mich das ins Gefängnis bringt, dann tue ich es. Bankenlenker sind in einem Umfeld tätig, in dem das Verhältnis zwischen eigener Leistung, Wertschöpfung und dem dafür kassierten Salär völlig entkoppelt ist. Ein Milliardenverlust ihrer Bank bedeutet dennoch ein Milliardengewinn für sie. Bankenlenker sind in einem Umfeld tätig, sind deshalb führende Banker schlechte Menschen? Keinesfalls. Wir wollen hier keine philosophische Frage erörtern, ob der Mensch gut oder schlecht sei, aber neben dem Sexualtrieb ist Geldgier eine der wichtigsten Antriebsfedern für menschliches Tun. Und so wie es gegen das ungezügelte Ausleben des Sextriebs Gesetze, Regeln und Vorschriften gibt, die es zum Beispiel untersagen, dass ein moderner Neandertaler einfach auf der Straße eine Frau niederkeult, sie über seine Schulter wirft und in seine Höhle schleppt, so sollte es Gesetze, Regeln und Vorschriften geben, die die Geldgier des Bankers zügeln. Sie gibt es aber nicht. Das Versagen vieler Banker ist gleichzeitig das Versagen der Regulatoren, das Versagen der Politik, des Gesetzgebers. Wenn sich das mit dem Versagen von Bankenlenkern paart, entsteht ein unbekömmliches Gebräu. Die meisten Banken in den USA sind in den diversen Finanzkrisen der letzten 20 Jahre entweder untergegangen, aufgekauft worden oder sie haben sich neu aufgestellt, sind wieder profitabel geworden. Ein Beleg dafür, dass es durchaus möglich ist, gesetzgeberische Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Finanzhäuser prosperieren können. Der Besitzer der Credit Suisse, der Aktionär, ist in den letzten 20 Jahren kräftig zur Ader gelassen worden. Er fragt sich bang, ob ein Aktienkurs von 4 Franken nun wirklich die unterste Limite ist, von der es wieder aufwärts geht, oder ob der sogar auf Null sinken könnte. Der Schweizer Steuerzahler fragt sich bang, ob er mit seinen Abgaben an den Staat zur Kasse gebeten wird, wenn die Credit Suisse gerettet werden müsste. Die gleiche Frage stellt sich der deutsche und der österreichische Steuerzahler natürlich auch. Nicht zu Unrecht. Aber so wie der Aktionär nicht in der Lage ist, seine Rechte als Besitzer durchzusetzen, ist hier der Stimmbürger nicht in der Lage, von der Politik ernsthafte Reformen des Bankenwesens zu fordern oder gar durchzusetzen. Also muss man letztlich den Kritikern von ungezügelter Bankagier sagen, selber schuld, niemand hält die Banker davon ab, niemand tut ernsthaft etwas dagegen. Ist diese Darstellung der Credit Suisse korrekt, überzeichnet, einseitig, unvollständig? Diese und weitere Fragen kann mein heutiger Interviewgast bestens beantworten. Denn Professor Hans Geiger war lange Jahre in führenden Positionen bei der Credit Suisse tätig und anschließend Bankenprofessor an der Universität Zürich. Inzwischen emeritiert hat er die Kenntnisse und die Unabhängigkeit, seine klare und deutliche Meinung zu sagen. In der Sendung »Zaster und Desaster«, das Wirtschaftsmagazin mit René Zeier. Herr Professor Geiger, ist Ihnen ein ähnlicher Fall eines Niedergangs eines einstmals stolzen Unternehmens bekannt? Ja, selbstverständlich. Die Wirtschaftsgeschichte besteht ja zu einem schönen Teil von solchen Niedergängen. Der berühmteste ist vielleicht Kodak. Das war nicht der Marktführer im Fotogeschäft, sondern das war der Monopolist. Und nach zehn Jahren gab es die Firma nicht mehr, weil die die Digitalisierung der Fotografie verpasst hatte. Und dann, das ist etwas weit hergeholt, oder in der Schweiz natürlich Swissair. Das war die Premium Airline. Die hat dann ein paar Schrott- oder Billig-Airlines halbwegs gekauft und ist daran gescheitert. Und im Bankbereich gibt es natürlich auch berühmte Beispiele aus der Schweiz, die Eidgenössische Bank. Das war so in der Vor- und Zwischenkriegszeit. Die ist gestrauchelt. Die war grösser als die meisten anderen Banken. Oder jetzt in der neuen Zeit die Deutsche Bank. Das ist fast eine Kopie oder fast eine Vorläuferin der Credit Suisse. Okay, also sozusagen nichts Neues. Aber ich will es jetzt doch ein bisschen persönlicher noch hören. Sie haben ja selbst viele Jahre bei der Credit Suisse gearbeitet. Sind Sie über die aktuellen Entwicklungen betroffen oder bereits abgehärtet? Betroffen oder abgehärtet? Genau. Ja, ich bin betroffen, ja. Ich bin abgehärtet, ja. Aber überrascht bin ich nicht, ja. Kritikpunkte gibt es ja genug. Versuchen wir mal, das Ganze positiv zu sehen. Kann die Credit Suisse überhaupt noch gerettet werden? Ja, sicher. Die hat eine Lebensversicherung. Die hat eine Garantie. Sie ist too big to fail, zu groß, um unterzugehen. Sie ist für die schweizerische Wirtschaft existenziell. Und seit 2008, also seit der grossen Finanzkrise, gibt es dieses too big to fail-Regime. Und da gibt es in der Schweiz fünf Banken. Und eine davon ist die Credit Suisse. Und die kann für das inländische Geschäft, für Privatkunden und für kommerzielle Kunden, kann sie eigentlich gar nicht untergehen. Aber da liegen ja auch nicht die Probleme. Ist die Credit Suisse einfach ein Beispiel einer besonders schlecht geführten Bank? Oder steht hinter ihrem Niedergang vielleicht das Problem einer ganzen Branche? Ja, sie ist sehr ähnlich wie die Deutsche Bank in Deutschland. Sie war die Superbank oder eine der zwei oder drei Superbanken in der Schweiz. Sie hat die Finanzkrise von 2008 erstaunlich gut überlebt oder überlebt ohne Staatshilfe. Sie hat dann das Geschäftsmodell nicht angepasst und ist daran gestrauchelt. Also da ist sie eigentlich, es gibt nicht hunderte Beispiele, aber die Deutsche Bank war ein schlechtes Vorbild oder ein Parallelfall. Ja, es ist eine falsche Politik und sie war enorm schlecht geführt, ja. Erklären Sie das doch bitte einmal dem Laien. Wie kann eine Bank überleben, die Milliardenverluste macht, Milliardenbußen zahlt, Milliardengehälter ausschüttet und minimale Gewinne macht? Ja, eigentlich hat die Credit Suisse in den letzten Jahren kaum Gewinne gemacht. Ich glaube, das ganz grosse Problem der Credit Suisse lag daran, dass sie mehr sein wollte, als sie sein konnte. Oder wie in den 1970er, 80er Jahren, nachdem sie die Krise in Chiasso, die fast tödliche Krise, überlebt hatte, wollte sie ein Global Player werden. Sie wollte unter den besten fünf Banken in den USA oder weltweit im Investment Banking tätig sein. Und das war sicher ein Fehlentscheid. Also eigentlich wurden die Wurzeln des Scheiterns, die liegen irgendwo in den 70er oder 80er Jahren. Und da war ich noch auf der Bank, also auf der damaligen schweizerischen Kreditanstalt. Sie haben das vorhin erwähnt, die Credit Suisse gehört zu den Banken mit Staatsgarantie. Sie ist eben too big to fail. Halten Sie das eigentlich für eine erlaubte Massnahme im Kapitalismus, dass es also Institutionen gibt, die sozusagen unkaputtbar sind? Ja, leider ist das so. Ja, das muss so sein. Es waren gerade jetzt die neuen Nobelpreisträger für den Ökonomienobelpreis. Die haben eigentlich genau für die Theorie, die sich mit diesem Thema beschäftigt, haben sie den Nobelpreis gekriegt. Das ist so, dass eine Bank, die sehr gesund ist, die kann Konkurs gehen. Weil Banken sind irgendwie aus ihrer Struktur heraus illiquid. Selbst wenn die gesund ist, dann kann der Sauerstoff ausgehen, obwohl sie gesund ist. Und deshalb gibt es wahrscheinlich dieses Regime des too big to fail. Aber es tut natürlich, als Kapitalist tut einem das weh. Und die Bank sollte nicht dorthin gesteuert werden, dass sie die Staatshilfe beanspruchen muss. Aber es waren natürlich viele Institute in Deutschland, in den USA zuerst, auch in der Schweiz. Die UBS, die Vorzeigebank, die mussten oder wurden irgendwie gerettet oder liquiditätsmässig gerettet in der Finanzkrise 2008. Das stört eigentlich ja, aber es ist halt so. Die Ideologie geht nicht immer ganz auf. Genau, reiten wir da doch noch einen Moment darauf herum. Sie haben die UBS erwähnt. Das war eben sozusagen der Sündenfall in der Schweiz. Da gibt es natürlich einerseits Kritiker, die sagen, man hätte sie bankrott gehen lassen müssen. Und es gibt andere, die sagen, wenn das passiert wäre, hätte das dermassen große Verwerfungen im Schweizer Finanzmarkt ausgelöst, dass der Schaden eben nicht akzeptabel gewesen wäre. Jetzt doch immerhin mit der 14-jährigen Distanz, die wir da haben. Werden Sie dafür gewesen, die UBS bankrott gehen zu lassen oder sie zu retten? Also ich denke, die UBS hätte ohne Staatshilfe auch überlebt. Bankrott war sie sicher nicht. Also Kapital war genügend vorhanden, aber sie riskierte, illiquid zu werden. Und die Leute, die diese Rettung organisiert haben, das war also die Bankenaufsicht, das war die Nationalbank, das war das Finanzdepartement in der Regierung und die Bank selbst, die haben sich dann geeinigt, dass es diese Liquiditätshilfe in der Höhe von, ich weiss nicht mehr genau, 60 oder 70 Milliarden Franken, also gigantisch, brauchte. Aber man sah ja dann, als die Liquidität klargestellt war, nach einigen Jahren hat sowohl die Eidgenossenschaft wie auch die Nationalbank haben Milliardengewinne gemacht aus dieser Transaktion. Die wurde hervorragend gemanagt. Das ist irgendwie ein Leuchtturm in der Schweizer Finanzgeschichte, wie gut das gemacht wurde. Viel besser als in den meisten anderen Ländern. Hervorragend gemanagt ist gerade das Stichwort für die nächste Frage. Wie können Sie sich erklären, dass die Geschäftsleitung, der Verwaltungsrat, die haben doch alle Ressourcen der Welt, sich beraten zu lassen, Entscheidungsgrundlagen herzustellen. Wie ist es möglich, dass in einer dermaßen langen Strecke alle diese Instanzen versagt haben? Das kann man, glaube ich, wirklich sagen, wenn man schlichtweg nur sagt, vor 14 Jahren hatte die Credit Suisse einen Börsenwert von 100 Milliarden, jetzt hat sie noch einen von 10 Milliarden. Also da führt ja kein Weg dran vorbei, das als Totalversagen zu bezeichnen. Wie erklären Sie sich das? Ja, einfach. Es waren die falschen Leute zuständig. Es war im Verwaltungsrat, der war falsch besetzt. Und der Verwaltungsrat hat personell die falschen Entscheide getroffen. Und er hat die strategisch notwendigen Entscheidungen nicht getroffen. Also im Schweizerischen Bankengesetz steht, der Verwaltungsrat einer Bank sei verantwortbar, für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle. Und die Oberleitung, das wäre die Strategie. Der Verwaltungsrat der Credit Suisse hat versagt. Die Aufsicht, das wäre die Aufsicht über die Geschäftsleitung. Da hat er versagt. Und bei der Kontrolle hat er auch versagt. Letzte Frage. Die Credit Suisse, nochmal, ist das sozusagen der Ausrutscher, das schwarze Schaf, das abschreckende Beispiel? Oder ist die Credit Suisse einfach ein besonders hässliches Beispiel eines systemischen Problems? Also des Problems, dass eine global agierende Großbank mit allen Bankgeschäften gar nicht mehr lenkbar oder beherrschbar ist? Ich denke, beides. Aber es war sicher eine Überheblichkeit, aus der guten alten SK, Schweizerischen Kreditanstalt, einen Global Player zu machen, der es mit den grossen Investmentbanken in den USA aufnehmen kann. Das ist so ein bisschen wie wenn ein Fussballspieler aus der Schweiz, ein Spitzenfussballspieler, der denkt, oh Football, da gehe ich in die amerikanische Football League. Dabei ist das eine andere Sportart. Das war falsch und ist falsch. Und die Credit Suisse weiss auch, dass sie hier raus muss. Der Verwaltungsrat weiss das. Das ist einfach zu beantworten. Das Problem ist, wie komme ich da raus? Und damit kämpft der Verwaltungsrat jetzt. Gut, doch noch eine allerletzte Nachfrage von wegen, wie komme ich da raus? Würden Sie den Kauf einer Credit Suisse-Aktie empfehlen? Ich bin vor gut 25 Jahren aus der Bank ausgeschieden und ich habe eigentlich seither nie mehr Bankaktien gekauft. Und ich würde auch jetzt keine, obwohl das ist eine gute Chance, man könnte jetzt damit Geld verdienen. Aber ich bin kein Gambler, sondern ich bin halt ein konservativer Bürger und gehe nicht ins Casino. Herr Professor Geiger, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses unterhaltsame Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht, danke. Das war die Sendung Zaster und Desaster. Ich bin René Zeier und verabschiede mich auch herzlich von meinen Zuhörern und sage auf Wiederhören in zwei Wochen beim nächsten Aufrühren von Zaster und Desaster der Lebenshilfe in allen Finanzplänen.